Hi zusammen, hier ist Miho, hier ist Pavel, heute gibt es ein neues Video und heute geht ihr mit uns nach Barcelona. Bleibt dran! Miho, wie lange haben wir jetzt an diesem Projekt gearbeitet? Ich schätze mal zwei Monate. Oder sogar mehr, wenn wir jetzt andere Fotos und andere Videos betrachten, die wir früher gemacht haben, also über zwei Monate auf jeden Fall. Langer oder kurzer Sinn, wir haben jetzt für euch ein neues Videotraining produziert, unterwegs mit Miho und Pavel in Barcelona. Weil Barcelona, das ist jetzt in Europa, ich würde sagen Platz zwei oder drei. Das war jahrelang Platz ein, also eine Top-Destination in Europa. Bevor ihr jetzt sagt, ah, Werbevideo, nee, ich gucke mir was anderes an. Nein, es gibt einen Teil vor Ort und auch eine Bildbearbeitung in diesem Video. Auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht nur Kauf hier. Nein. Wir haben gedacht, okay, also wir waren schon sehr oft in Barcelona. Gut, wenn wir in Spanien sind, dann sind wir quasi in der Nähe, das ist bei uns vor der Haustür. Und da haben wir gedacht, okay, wir haben jetzt Barcelona wirklich näher kennengelernt als alle Touristen, die nach Barcelona kommen und können ein bisschen mehr zeigen als nur die Top-5-Sehenswürdigkeiten. Und deshalb haben wir uns entschieden, wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt ein großes Videotraining mit ganz großem Realteil, wo wir tatsächlich durch Barcelona mit der Kamera laufen, wo wir fotografieren, wo wir erklären, wie wir fotografieren, was wir fotografieren, aus welcher Position, mit welcher Technik. Und vor allem zeigen wir euch die Spots, die vielleicht nicht alle kennen. Ja, und deswegen gibt es auch eine Karte in dem Produkt. Mit allen Fotospots könnt ihr dann, wenn ihr im Produkt seid, aufrufen. Ja, das ist absolut wichtig, weil klassischer Tourist geht nach Barcelona und sagt, okay, ja, also ich habe meinen Reiseführer, ich werde jetzt Checkliste machen. Sagrada Familia, Palau Guell, Park Guell und so weiter. Ja, wir sind ein bisschen weitergegangen, wir haben auch Sachen entdeckt, die Touristen vielleicht nicht kennen, aber die nicht weniger fotogen sind. Sind sogar, ich finde sie absolut genial, diese Sachen, die vielleicht ein bisschen versteckt sind in Barcelona. Und wir haben sie jetzt tatsächlich entdeckt für uns und wir haben die Fotos gemacht, wo wir gesagt haben, okay, warum sollen sich diese Sehenswürdigkeiten, B-Sehenswürdigkeiten verstecken? Ja, klar, nicht alles ist Sagrada Familia, aber es gibt viele Sachen in Barcelona, die absolut fotogen und sehr schön sind. Ja, wir besuchen die Sehenswürdigkeiten, wir fotografieren drinnen, wir fotografieren draußen, wir erklären wie und was und warum und wir zeigen euch natürlich ein paar Tipps, wo ihr hingehen sollt. Also, wie mich schon erwähnt hat, mit Karte und so weiter. Und das ist natürlich ganz wichtig für alle, die vielleicht so drei, vier Tage haben, für Barcelona. Meistens kommen die Leute eine Woche, weil die Stadt ist wirklich groß, bietet sehr viel an. Aber, ja, also für drei, vier Tage Fotografie haben wir auf jeden Fall für euch ein volles Programm. Wie sieht unser volles Programm aus? 41 Lektionen, über fünf Stunden. Wie gesagt, die Map ist dabei und auch eine Lektion, wo wir zeigen, wie wir mit unseren Presets 20 Bilder in einer halben Stunde bearbeiten. Aber natürlich gibt es diese ganzen klassischen Bildbearbeitungslektionen, wo ihr lernt, wie es denn geht, damit dieser typische Kaplun-Look oder das marmelatisierte Look and Feel dann auch rüberkommt. Aber ein Großteil ist wirklich das Erleben vor Ort. Also, ich würde mal so sagen, das ist für euch, wenn ihr das anmacht, quasi ein Kurzurlaub at home. Ja, ja. Und da sind über zwei Stunden Realaufnahmen, ja, wo wir zum Beispiel unterwegs sind. Mehr sogar. Mehr sogar als zwei Stunden, ja. Und das ist natürlich nicht alltäglich, also wir haben schon viele Videotrainings und so ein großes Realteil. Gut, das ist schon ein Top 5 unserer Videos, wo wir sehr viel vor Ort aufgenommen haben. Also deswegen, der Download ist groß, groß. Allein das Bildmaterial ist füllt schon oder ist, glaube ich, mehr als ein Gigabyte. Ich glaube, es sind 120 Bilder oder mehr. Und ganz wichtig, aufgrund der Datengröße, wenn ihr wollt, und Feedback gab es jetzt super immer, es gibt einen klassischen Download bei uns im Shop und zusätzlich, wenn man das will, gibt es die Streaming-Version, wo ihr erstmal nichts runterladen müsst, sondern einfach anmachen, anschauen, nachmachen. Und solltet ihr irgendwann mal runterladen wollen, geht das natürlich auch. Ja, ja. Jetzt ist die Frage, wer braucht dieses Videotraining? Ja, also wir haben gedacht, im Prinzip ist das für alle interessant. Also für diejenigen, die in Barcelona schon mal waren und viele Fotos mitgenommen haben, da könnt ihr euch vielleicht inspirieren lassen von dem, was wir gemacht haben und eure Bilder nochmal anschauen, eure Bilder vielleicht anders bearbeiten, als ihr das früher gemacht habt. Dann auf jeden Fall für diejenigen, die erst planen, nach Barcelona zu fahren, das ist im Prinzip so ein fotografischer Reiseführer. Weil Reiseführer im klassischen Sinn, das ist nicht das, was ihr braucht. Also ihr braucht das aus der ersten Hand von Fotografen und in diesem Fall von uns. Und dann für diejenigen, die vielleicht nicht nach Barcelona wollen oder noch nicht sicher sind, ob sie nach Barcelona wollen, das ist jetzt quasi eine Reise, eine virtuelle Reise, wo ihr alles entdecken könnt mit uns zusammen und schauen, was ihr in Barcelona alles fotografieren könnt. Bevor wir jetzt zu lange erzählen, sonst verraten wir alles, zeigen wir euch jetzt einen Ausschnitt aus unserem neuen Videotraining unterwegs mit Miho und Pavel in Barcelona. Viel Spaß dabei! Barcelona ist ein Paradies für Torbögen, große Eingangsporten, aber auch für schwere Türen, Holz, Metall, Verzierungen, Beschläge und hier exemplarisch in der Nähe der Kaledrale eine Tür, die man fotografieren kann. Aber wie gesagt, findet ihr in Barcelona überall. Bei den Türen ist es so, wenn ihr die Tür fotografieren wollt, die ganze Tür, das sieht ihr mal so, okay, und ihr müsst immer darauf achten, dass halt gerade in dem Moment keine Person durchs Bild läuft. Was ihr machen könnt, auf die obere Hälfte konzentrieren, weil dort befinden sich keine Menschen und es geht ja um diesen Torbogen oder den Türbogen. Und was ihr auch machen könnt, was ich immer sehr spannend finde, ist, wenn ihr nur eine Hälfte zeigt, also einen halben Bogen mit der halben Tür mit ein bisschen Mauerwerk. Sieht für mich immer stilistisch etwas interessanter aus. Und genau das kann man hier auch machen. Also jetzt hier bei dieser Tür, jetzt in diesem Fall gerade keiner da, nur diese Frau, aber die ist gleich weg. Also hier wichtig, immer gerade draufhalten, ein bisschen ranzoomen, damit man hier auch keine stürzenden Linien bekommt und dann entsprechend abdrücken. Alternativ, hier oben mit den Beschlägen, das ist ganz toll. Und die Leute sind in dem Fall vollkommen egal, weil ich fotografiere ja über die Leute hinweg. Also einmal so, dann die linke Seite und die Leute hier. Das ist echt nett. Wir bleiben quasi stehen. Und dann hat man hier schön an einer Tür schon mal mehrere tolle Varianten. Okay. Und zack. Fertig. Türen Teil 2, Fenster Teil 28. Also hier ein Eldorado. Wir haben hier auch Teil von der Kathedrale, eine wunderschöne Eingangstür mit diesen verschiedenen in sich geschachtelten Bögen. Und das Metall wirkt beim Tageslicht leicht neulich. Das heißt, wir haben auch hier wieder wunderschöne Komplementärfarben. Auch hier gilt, Bogen oben, komplette Tür oder die linke oder die rechte Hälfte. Oder nach oben fotografieren mit einer Laterne auf der anderen Seite und dann den Turbogen setzt man quasi in die rechte untere Ecke. Dann hat man quasi das gesamte Umfeld auch mit dabei. Und, und, was es hier auch gibt, bunte Fenster. Gerade hier auf dieser Seite ein Balkon und die Farben, die durch das Fenster durchscheinen, sind wunderschön. Und sind ein ganz toller Kontrast zu der normalen Fassade. Auch hier gerade draufhalten, muss man später bei der Bildbearbeitung ein klein wenig begradigen. Hier braucht es wirklich die senkrechten, die vertikalen. Aber im Drittel, im linken Drittel, ist dann das Fenster mit dem Balkon und diesen Farben, die aufgemalt sind, in der Fenstermalerei. Und dann nimmt man hier ein paar Schwuk-Elemente von der restlichen Fassade und setzt die quasi in die andere Ecke vom Bild. Und dann kann man im Prinzip nichts falsch machen. Ich habe echt eine wunderschöne Aufnahme. Ungefähr so. Aber schaut bitte, dass ihr einfach hier nicht zu viel von der Fassade drauf habt, weil der Star im Bild ist immer dieses bunte Fenster. Nachtrag gilt insbesondere für den Bereich rund um die Kathedrale. Hier gibt es an allen Ecken sogenannte Gargoyles, also wo dann Wasser rauskommt, wenn es zu stark regnet. Und je nachdem, wie das Licht steht, der besondere Moment ist der, wo die gesamte Gasse mehr oder minder im Schatten liegt und das Restlicht fällt auf den Gargoyle, sodass er quasi leuchtet und aus diesem Schatten heraustritt. Und wenn ihr so etwas seht, also immer nach oben gucken, Gargoyle entdecken, schauen, ob zum Beispiel eine Taube drauf sitzt, das kann man dann auch fotografieren. Aber ansonsten fällt das Licht so, dass der Gargoyle sich vom Rest absetzt und dann habt ihr eine ganz tolle Aufnahme. Diese Stelle in Bari Gothic, die liebe ich besonders, weil sie gibt viel Platz für eine Interpretation. Und diese Interpretation machen wir jetzt. Wer sieht, ist das Bild ziemlich flach, das ist natürlich super traurig, aber nicht hoffnungslos. Wir beginnen jetzt mal mit Geometrie. Ich möchte das Ganze gerade richten, sodass ich mich später nicht darum kümmern muss. Und in diesem Fall ist es ganz wichtig, jetzt alles gerade zu richten, weil wir werden später mit Masken arbeiten und wer weiß, was da alles passiert. Ich möchte hier Lichteinfall hinter dem Haus haben. Also das heißt, hinter dem Haus kommt das Licht, die Laterne brennt und es soll eine magische Atmosphäre im Bild sein. Was machen wir jetzt hier? Ich werde das Bild stark abdunkeln, schon jetzt, mit Grundeinstellungen. Ja, Belichtung, Schwarz und Lichter runter. Und ich mache jetzt auf jeden Fall andere Farbtemperatur als vorher. Lichter können wir noch ein bisschen mehr runterziehen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt werde ich direkt mit dem Lichteinfall arbeiten. Hier nehmen wir jetzt einfach mal Radialfilter und machen eine ganz, ganz große Ellipse. Ungefähr so. Und die drehen wir, sodass sie wie ein Lichteinfall aussieht. Weiche Kante können wir sehen später. Also hier wird erst mal damit gearbeitet, dass hier alles gerettet wird, was gerettet werden kann. Also Tiefen aufhellen, Weiß aufhellen und auch Belichtung. Und so ist das schon mal okay. Fast okay. Allerdings brauchen wir hier auch eine andere Farbtemperatur. Ungefähr so. Was mir jetzt nicht gefällt, überhaupt nicht, dass diese Wand fehl ist. Aber kein Problem. Wir ziehen jetzt von dieser Maske was ab. Ich werde aber zuerst schauen, wie es besser ist. Ob ich Weichkante hart mache, Hälfte mache oder weiche. Ja, also so wie es war, ist das im Prinzip okay. Subtrahieren, linearer Verlauf. Und dann hier beigedruckte Shift-Taste einfach mal abziehen, sodass diese Wand abgedunkelt wird. Schaut mal, so sieht das aus. Wir haben hier auf jeden Fall ein Anzeichen vom Lichteinfall. Im nächsten Schritt mache ich eine weitere Ellipse. Diesmal geht sie von unten. Auch schräg. Und ungefähr so. Auch entsprechend gedreht. Und hier werde ich auch aufhellen. Und auch hier kommt eine andere Farbtemperatur. So, das heißt wir haben jetzt hier schon mal Licht reingepunkt. Und vielleicht ein bisschen weiter nach unten ziehen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall einen Lichteinfall unten auf dem Boden. Das können wir jetzt auch mit dem Radialfilter machen. So ungefähr. Und auch hier aufhellen. Und Farbtemperatur anpassen. Hier hat dieses Licht nichts zu suchen. Deshalb hier subtrahieren. Linearer Verlauf. Abgezogen. Perfekt. So hat mir auf jeden Fall ein Lichteinfall simuliert, welches gar nicht da war. Und das ist natürlich sehr schön. Jetzt ist meine Aufgabe, diese Tür ein bisschen einzufärben. Wie machen wir das? Wir können Objektauswahl machen. Ich klicke auf Objektauswahl. Und mache die Auswahl von der Tür. Das hat super geklappt. Ich bin absolut begeistert. Ich ziehe die Farbtemperatur runter. Dass die Tür blau wird. Das ist ein bisschen zu viel. Deshalb werde ich hier auch ein bisschen Farbtönung einbauen. Dann können wir schauen, ob wir vielleicht hier ein bisschen weiß hinzufügen. Im Gegenzug aber die Belichtung ein bisschen runter drehen. Eine willkommene Komplementärfarbe. Das ist sehr gut. Dann können wir diese Maske duplizieren und umkehren. Warum? Weil so kann ich den Rest noch ein bisschen von der Farbe her anpassen. Also hier klicken, duplizieren und umkehren. Das heißt, das wurde alles ausgewählt außer der Tür. Und hier sage ich, okay, wir machen hier noch ein bisschen mehr Farbe rein. Yes. Das sieht wirklich schön aus. Ja, diese Farbe gefällt mir. Mir gefällt auch Lichteinfall. Im Prinzip ist alles fast perfekt. Aber nur fast. Diese Wand, sie stört mich. Sie stört die Magie und sie zerstört alles, weil sonst haben wir zu viele Strukturen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sich diese Wand jetzt irgendwie abdunkeln muss. Wir versuchen jetzt mit der Maske mit Objekte auswählen und schauen mal, was passiert, wenn wir hier so eine Maske ziehen. Das sieht sehr gut aus. Das ist wirklich sehr gut. Ich kann jetzt hinzufügen, auch ein Objekt, also dieser Stein, kann ich auch mitnehmen. Zack. Super. Ja, jetzt kann ich Belichtung runterdrehen. Belichtung runter. Kontrast hoch. Na, vielleicht nicht ganz so hoch. Schwarz runter. Wir müssen hier aufpassen, dass das Ganze nicht zu stark abgedunkelt wird. Und hier unten muss ich natürlich von dieser Maske subtrahieren, weil das ist jetzt definitiv zu dunkel. Deshalb linearer Verlauf hier. Ein bisschen aufhellen. Ja, so in diesem Fall ist das okay. Und dann können wir zu dieser Maske noch Abdunklung hinzufügen. Und zwar oben. Hinzufügen. Linearer Verlauf. Die Abdunklung hier. Man kann sie sogar ein bisschen weiter runterziehen. So. Und unten können wir auch ein bisschen abdunkeln. Ja. Auch hier hinzufügen. Linearer Verlauf. Und auch hier eine leichte Abdunklung. Gut, die Maske ziehen wir jetzt ein bisschen runter, weil sonst wird das einfach zu viel. Und schaut mal, wie es aussieht. Das ist absolut interessant, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ja. Gut, die Seite werde ich auch noch ein bisschen abdunkeln mit linearem Verlauf. Vielleicht von hier. So. Yes. Wirklich feine, feine Sache. Wir haben eine komplett andere Atmosphäre gemacht. Jetzt kann ich hier noch sagen, okay, ich mache jetzt hier Radialverlauf und werde so eine Art Lichteinfall simulieren. Zum Beispiel so. Das mache ich jetzt ganz einfach richtig hell mit weiß und werde diesen Lichteinfall so platzieren, dass es auf den Boden fällt. Dann haben wir auf jeden Fall eine logische Erklärung dazu. So. Und hier auch, also dieser Bereich wird natürlich subtrahiert mit linearem Verlauf. So. Was wollen wir jetzt noch machen? Wir machen die Laterne einschalten. Ja gut, klar. Wie geht es ohne? Also neue Maske, Radialverlauf. Ungefähr so groß. Erstmal hier aufhellen, als ob die Laterne komplett eingeschaltet ist. Wir haben das schon mal tausendmal gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Kontrast verstärken. So. Schwarz runter. Tiefen runter. So bekommen wir schon mal einen Anfang. Farbtemperatur würde ich hier vielleicht ein bisschen verschieben, weil sonst ist das zu gelblastig. Oder Sättigung reduzieren. Das geht natürlich auch. Und dann machen wir eine Glühbirne. Auch ein Radialverlauf. Sehr klein. So. Die wird jetzt hier hängen. Und Maximum an Licht. So. Schaut mal. Eingeschaltete Laterne. Das Ganze wird jetzt noch ein bisschen mit Effekten versehen. Und zwar mit leichter Viginitierung. Ja. Das ist jetzt hier gar nicht verkehrt. Weil das Ganze sieht jetzt irgendwie magisch aus. Auf jeden Fall interessantere Lichtsituation als vorher. Und zuletzt gehen wir zu Color Grating. Und machen hier unsere klassischen Anpassungen. Ich würde sagen, hier vielleicht ein bisschen Richtung Blau. Nicht ganz so viel Sättigung. Bisschen Luminanz runter. Und bei Mitteltönen leicht in Richtung Rot. Gut. Hier überlasse ich euch, wie weit er geht. Also ich würde nicht zu viel Rot nehmen. Vielleicht sogar ein bisschen in Richtung Orange drehen. Ja. Und dann noch Weiß. Weiß würde ich auch leicht verstärken. Was meint ihr dazu? Ich denke, wir können jetzt an dieser Stelle aufhören. Weil wir haben alles erreicht, was wir wollten. Ich zeige jetzt nochmal die Masken. Schau mal. So viele Masken auf einmal. Ja. Das ist richtig gut. Jetzt können wir am Ende, am Ende, gut Grundeinstellungen haben wir. Wir können noch Details anpassen. Also quasi wie immer 80, 0,8, 40, 40. Und Rauschreduzierung bei 1250 machen wir 35. Also. Farbmischer. Brauchen wir Farbmischer? Wir haben Farbmischer gar nicht angefasst. Also im Prinzip nicht. Wenn er wollte, könnte er sagen, okay, noch ein bisschen mehr Farbe. Aber es wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Ja. Also mit Farbmischer könnte er am Ende sagen, okay, kleine Anpassungen gehen natürlich. Aber ansonsten sind wir mit diesem Bild fertig. Und der Vergleich. Oh, das ist ein ganz anderes Bild. Ich hätte nicht gedacht, dass man aus diesem flachen Bild so viel rausbekommen kann. Ich bin nicht ganz glücklich mit der Laterne, mit der Glühbirne. Vielleicht kann ich hier noch was machen. Ich gucke jetzt mal, was ich hier hinkriegen kann. Wir machen erst mal eine Vergrößerung. So. Und dann gehen wir auf die Masken. Und das ist jetzt die Glühbirne. Ja, die ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ja. Ziehen wir sie ein bisschen runter. Machen wir sie ein bisschen kleiner. So ungefähr. Und weiche Kante auf 100. Dann ist sie nicht ganz so grill. Ja. Vielleicht ein bisschen weiter nach oben. Ja, ich denke, so ist es besser. Ja. Und vielleicht ein bisschen weniger Belichtung. Es soll schon eine Glühbirne sichtbar sein. Aber vielleicht nicht ganz so krass, wie ich das zuerst gemacht habe. So. Und jetzt noch eine Ansicht. Bitteschön. Fertiges Bild. Das war ein kurzer Ausflug mit uns zusammen nach Barcelona. Ja, wenn euch das gefallen hat, wenn euch das zugesagt hat, Link ist unter dem Video. Ab sofort bei uns im Shop als Download und als Streaming inklusive komplettes Bildmaterial. Schaut euch das an. Lasst euch inspirieren von Barcelona, von ganzen architektonischen Kunstwerken und von unserer Bildbearbeitung. Und das war es für heute. Platin-Kanal-Mitglieder, bitte nicht den Rabattcode vergessen. Ja. Dann sehen wir uns nächsten Freitag oder zwischendrin, weil ab und zu machen wir auch zwei Videos pro Woche. Nicht immer und nicht versprochen. Und ansonsten schaut auf unserem YouTube-Kanal über 600 Videos. Und natürlich bei uns im Shop. Wir haben alles Mögliche. Aber genug mit Werbung für heute. Wichtig ist, wir haben unser neues Produkt unterwegs mit Micho und Pavel in Barcelona. Also, dann bis zum nächsten Mal. Fotografiert fleißig, bearbeitet eure Bilder schön und vergesst nicht, Oma und Opa zu grüßen. Ciao.